Woher wissen Bienen eigentlich, dass sie den Nektar nur aus Rapsblüten sammeln sollen? Folgen die etwa irgendwelchen Hinweisschildern? Quatsch, Bienen können ja nicht lesen. Der Trick besteht also darin, die Bienen in eine Gegend zu bringen, in der ganz viele Rapspflanzen in voller Blüte stehen. Wichtig ist, dass das Rapsfeld mehr als 5 Kilometer von der Imkerei entfernt ist, wo die Bienenstöcke normalerweise stehen. Wir sind jetzt 176 Kilometer gefahren, passt also.